Musik Der Baderaum der Heilstätte Grab-O-See war unser erster Untersuchungsort in dem alten Gebäude. Einige, die vor uns bereits in diesem Raum waren, berichteten von unheimlichen Vorkommnissen. Angezogen von diesen Erzählungen begannen wir unsere Untersuchung. Musik Kamera 1 läuft. Und wir würden euch bitten, einmal vielleicht etwas näher zu kommen, eines der Geräte zu berühren und uns zum Aufschlagen zu bringen. Wir haben gehört, dass hier Kollegen von uns schon einiges passiert ist. Stimmt das? Habt ihr damit etwas zu tun? Musik Wurdet ihr provoziert? Ich möchte euch bitten, euch nicht so dort zu bewegen, denn das höre ich auf dem Gerät. Wenn jemand von euch da ist, kann er vielleicht mal seinen Namen nennen? Mein Name ist Dennis. Ich bin Steffi. Ich bin Sabrina. Könnt ihr uns eben zeigen, dass ihr hier seid? Könnt ihr euch mal zu den Geräten belegen, die auf dem Fußboden liegen? Könnt ihr sagen, ob wir hier überhaupt erwünscht sind? Das war dann? Hm? Ja? Wir sind gut. Kannst du dir fragen? Nein. Vielen Dank. 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 Ich? Also, nicht einschätzen, das ist okay. Wir sind völlig armlos, wir sind nur neugierig. Macht nichts, euch ist keiner böse deswegen oder so, wenn jetzt nichts ist. Trotzdem glaube ich, dass hier ein Mann ist. Irgendwo, ist okay. Beobachte, was wir machen, ist auch in Ordnung. Erstens müssen andere sein. Ja, was höre ich? Nein, nein, das fliege ich auch nicht an. Glaubst du? Ja, macht ja nichts. Ja, so laut. Okay, also ich... Sieben Meter. Hm? Sieben Meter. Also ich denke, wir packen dann jetzt ein und lassen euch in Ruhe. Also falls ihr uns was auf die Kamera ausgesprochen habt, vielen Dank. Und passt auf euch auf. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.